Wir biegen, glaube ich, mit dem Thema direkt zu den Picks ab. Und zwar wärme ich einen Pick vom Basti auf, der jetzt erst interessant geworden ist. Für mich zumindest wenigstens. Er hatte vor einer Weile mal die Kurve Kreditkarte gepickt. Ja. Keine Karte. Keine Karte, sondern eine Meta-Kreditkarte. Die kommt zum einen, wird ausgegeben von Wirecard, aber dahinter ist eine Firma in Großbritannien. Und die rechnen also grundsätzlich erst mal in Pfund, aber sie rechnen dann schon auch in Euro ab, wenn du Euro sagst. Und die haben jetzt neuerdings eben seit ein paar Tagen hier Apple Pay für uns. Ja. Das heißt, du kannst mit dieser Kurve Karte, die dann nach ein paar Tagen in der Post ankommt, die kriegst du als Plastikkarte und die kriegst du eben dann auch in deinen Apple Pay rein. Mit der Karte kannst du jetzt eben, das ist eine Meta-Karte über alle anderen Mastercard und Visa-Karten. Das heißt, in der App sagst du einfach, ich hab hier folgende, folgende Karten hab ich. Ich hab eine Master von der So-und-So-Bank und eine DKB-Visa und noch eine von Amazon.de. Völlig wurscht. Geht mit jeder Mastercard und Visa. Du trägst also deine echten Kreditkarten in die Kurve-App ein. Und wenn du dann die Kurve-Karte am Terminal benutzt, dann wird von der aktiven Karte, die du in der App gerade ausgewählt hast, das Geld abgebucht. Gut. Das heißt, die sitzen so dazwischen den verschiedenen Banken. Das löst dann auch erstmal heute bei mir zumindest die ganzen Betrugswarnungen aus. So, Aldi aus London will was bei dir abbuchen, das ist sicher falsch. Schon lustiger. Dann kam so eine Push-Mitteilung, so Sherlock hat festgestellt, dass da gerade Betrug passiert oder weißt du das selber? Und dann funktioniert das und das bedeutet jetzt für Deutschland, wenn ihr bei einer Bank seid, die halt in Deutschland für der Kreditkarte nicht mitspielt bei Apple Pay, kann man damit jede andere Kreditkarte, solange es eben Master und Visa ist, damit Apple Pay fähig machen. Wenn man dazu bereit ist, dieser Firma aus England seine Zahlungsdaten zu geben, die haben zwei Preismodelle, entweder gratis oder 10 Euro im Monat und die Unterschiede sind eigentlich unbedeutend. Und du kannst auch eine Business-Karte und eine private Karte haben, also musst dich entscheiden auf das eine oder das andere. Und soweit sieht das ganz, ganz okay aus. Du kannst auch, wenn du dich vertan hast und so eine Buchung auf die falsche Karte gesteckt hast, kannst du das auch im Nachhinein nochmal ändern und sagen, nee, jetzt das beim Aldi will ich aber doch nicht auf der DKB, sondern auf der Amazon.de. Das klingt sehr falsch, oder? Ja, das klingt falsch, ist aber so. Das ist ja der Clou, also den der Basti auch rausgestellt hat, also dass du gerade, wenn du natürlich eine geschäftliche und private Nutzung da trennen willst, das im Nachhinein zu machen, ist natürlich extrem clever und andere werden vielleicht darauf anspringen, dass du irgendwelche Cashback-Aktionen machen kannst und da irgendwelche Karten, Cashback-Dinge halt koppeln kannst. Und die gibt dir Curve nicht auch noch auf bestimmte Sachen, Cashback und dann kannst du die irgendwie nochmal mit Amazon koppeln und da mag jeder sich reinknien, wie er möchte. Also du kannst, jetzt steht drin irgendwie 90 Tage testen oder so, kannst du so ein Cashback-Ding aktivieren und musst dir dort drei Shops aussuchen. Also kannst du sagen, bei Amazon, bei Lidl und bei Aldi möchte ich jeweils noch ein Prozent extra bekommen. Ja, und wenn du mehr als diese drei Läden willst, brauchst du den Pro-Account oder so. Das ist irgendwie Käse, aber es funktioniert. Ich habe heute bei Aldi eingekauft und dann habe ich irgendwie zwölf Pens an Rabatt zurückbekommen. Okay, die kannst du, ja. Und muss man sich halt entscheiden, ob man da mitspielen möchte, das in diese englische Firma reinzustecken. Aber damit hat man diese Übersicht. Man kann auch relativ okay damit mit mehreren Währungen umgehen, also die rechne entsprechend um und sagen, dass ihr Kurs okay sei. Das habe ich jetzt nicht überprüft. Du kannst zu jeder Buchung ein Foto vom Kassenbeleg machen und dann diesen Kassenbeleg samt der Buchung dir selbst per E-Mail zuschicken, wenn du das brauchen kannst für deine Unterlagen. Und das sieht soweit jetzt für den Anwendungsfall ganz praktisch aus. Und es hat kein Auslandeinsatzentgelt zum Beispiel. Es hat in gewissen Limits kein Entgelt. Ja, also ich meine nicht nur vom Geld abheben, sondern, ach so, ja gut, es kann sein, dass du bei Einkäufen dann irgendwann auch, greift dich das auch noch, oder? Also jetzt, ich meine jetzt nicht nur, also die haben eine Stufe, dass du im Ausland Bargeld abheben kannst und du kannst, aber ich meine das Auslandeinsatzentgelt, was dir für die Umrechnung praktisch bei vielen Kreditkarten wird ja irgendwie ein Prozent plus minus für Einkäufe in Fremdwährungen draufgeschlagen. Ist inzwischen natürlich auch je nach Kreditkarte sowieso schon passé, aber. Also als neue Kunde wird man noch ein bisschen extra gecheckt, aber die Standard Limits sind 2000 Pfund pro Tag ausgeben, 5000 Pfund pro Monat, 200 Pfund Cash am Tag und 10.000 Pfund jährlich. Das sind erstmal die Standard Limits für neue Kunden dann, ja. Und mit Fremdwährungsgebühr und so ist, glaube ich, auch okay. Ich habe es jetzt nicht genau angeschaut. Und das ist eine, diese Metakarte, die du bekommst, ist eine Debit Mastercard, oder? Also keine, die, also je nachdem, wo du mit dieser Karte zahlst, kann es passieren, dass die dir abgelehnt wird, weil es keine richtige Kreditkreditkarte ist. Das mag sein. Also es kann sein, dass du in irgendeinem Hotel stehst und das Hotel sagt, ne, das wollen wir nicht, dann, dann musst du halt deine normale Karte doch wieder zücken oder, oder irgendeine andere Karte. Also das, das sind auch die, die, die kleineren Pferdefüße, aber ich meine, ich weiß nicht, Basti hat jetzt, können wir jetzt nächstes Mal nochmal befragen, ob er da mal reingerannt ist. Also ich weiß, dass zum Beispiel Flugbuchungen und Mietwagen sind öfters mal schwierig, dass die das nicht annehmen. Hotels mag auch sein. Ja, Flughafen, Mietwagen ist gut, das ist wahrscheinlich die Hauptsache, ja. Solche Sachen. Vor allem Mietwagen, ja. Als ich den in den Siebener ausgeliehen habe, haben sie mir auch gesagt, so, nix Apple Pay heute. Ja, genau, da kannst du mit der Debit Karte vielleicht dann, das würde ich nochmal überlegen. Du kannst auch zwischen Curve Kunden, kannst du Geld hin und her schicken, das ist auch drin. Und du kriegst halt einen Push, wenn das, wenn du eine Zahlung hast und du kriegst, kannst das aus deiner, aus der App kannst du sagen, hier mach mal zu Apple Pay und dann, dann ist es da drin. Ich habe hier so einen Promocode, wenn ihr euch dort anmelden möchtet, dann gibt es hier auf der Website bei uns so einen Promocode, den man bei der Anmeldung eingeben kann und dann bekomme ich fünf Pfund und ihr bekommt fünf Pfund. Und dann muss man das schnell ausgeben, bevor das Pfund nichts mehr wert ist. Nö, also das ist gar nicht schlecht, wenn jetzt halt die eigene Bank nicht mitspielen will. Es gibt ja doch noch eine ganze Handvoll von deutschen Banken, die bei Apple Pay nicht mitspielen will. Und dann ist das, glaube ich, ganz okay. Ja, Postbank zum Beispiel, sehr krassiger jetzt, der noch außen vor ist. Und natürlich, wer es mit der Volksbank irgendwie gar nicht mehr abwarten kann. Aber ja, ansonsten, ja, es ist einfach, genau, kann man sich halt überlegen, vor allem wegen dieser Kombination und nachträglichen Belastungsänderungen, auf welche Karte man es bucht. Das ist einfach, es ist einfach ein interessanter Dienst und dadurch, dass er jetzt Apple Pay zusätzlich unterstützt, ist es einfach eine sehr einzigartige Lösung, die es in der Form einfach nicht gibt anders. Also du hast keine andere Möglichkeit, Kreditkarte von Bank XY in Apple Pay zu bekommen, wenn die Bank Apple Pay nicht unterstützt. Aber über diese Metakarte geht es halt. Das ist schon, ist schon real. Sonst kannst du natürlich den, kannst du den Umweg machen, die halt irgendein WimPay oder sowas, haben wir ja auch alles mal besprochen, zu benutzen und kannst natürlich da aufladen. Aber du hast halt nicht diesen Komfort, dass du deine Karte einfach über diesen Umweg einbindest. Das ist schon angenehmer. Sie sagen, was die Auslandsgebühr angeht, dass sie halt, dass sie Ridiculous Rates haben. Das heißt, dass sie dir den Aufschlag, den der normale Bank auf den echten Kurs draufgibt, dass sie den halt nicht nehmen. Was angenehm sein kann, wenn man da nochmal was Größeres im Ausland zahlt. Keine Ahnung, wie seriös das ist, aber nachdem da ja kein Geld liegt, außer jetzt diese 5 Pfund Referral-Guthaben, ist es auch, glaube ich, relativ wurscht. Falls die sich in Luft auflösen, Pleite gehen, falls die Insel untergeht, dann benutzt man das halt nicht mehr. Also die gibt es auch schon ein paar Jahre wohl. Die gibt es ja schon seit, weiß nicht, 2015, 2016 oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie gerade so ganz neue Bude aus dem Boden gesprungen sind. Und ich glaube, man muss sich halt überlegen, was irgendwie, wie soll man sagen, die größte Gefahr ist, ist halt, dass die natürlich einfach irgendwas mit deinen Zahlungstransaktionsdaten halt machen. Ich meine, das muss man für sich entscheiden, wie problematisch man das theoretisch findet, dass diese, ja, dass irgendwas halt, ist ja ganz interessant, solche Einkaufstransaktionshistorien und Profile, da kann man ja sicher auch was mit machen. Aber wenn man, ja, das ist, glaube ich, so der Punkt, über den man sich klar sein muss oder die Frage stellen muss. Weil das stimmt natürlich ansonsten, du hast, ja, ich meine, und selbst, also ich meine, dass dir deine Kartendaten in Anführungszeichen geklaut werden, das ist ja wirklich bei Kreditkarten völlig irrelevant. Also es ist praktisch egal. Und Geld liegt sowieso nicht da, also dein Geld liegt zumindest nicht da, insofern ist das auch egal. Am Schluss bleiben es nur noch, bleibt nur noch deine Transaktionsdaten, deine Einkaufsdaten, was du wo gekauft hast, dass das für irgendjemanden interessant ist, unter dem Strich dann da halt ein Profil draus zu bilden oder dich mit irgendeinem Krempel zu bepushen. Aber das machen sie ja im Moment zumindest offiziell nach außen nicht. Ja, also hier der gute Tarif, der gilt bei der Gratiskarte nur bis 500 Euro im Monat für die Wechselgebühren. Ah ja, das ist auch interessant, ja. Und dieses Cashback gibt es nur 90 Tage lang. Und wenn du 10 Euro im Monat zahlst, dann kannst du das, ein paar mehr Sachen verwenden, hast du diese Wechselkurse länger drin. Und das, also sowieso recht viel bringt es eigentlich nicht. Die haben bei dem, ja, das Premium, da gibt es noch irgendwelche, die packen noch irgendwelche Versicherungen drauf. Das kannst du natürlich auch, weiß nicht, ob das irgendjemand braucht oder nicht sowieso schon hat. Kann man sich anschauen, wenn man da interessiert ist. Aber auf jeden Fall mit dem Code gibt es 5 Pfund zum Verspielen. Da kann man ausprobieren, ob das für einen funktioniert. Zum Beispiel bei mir, für die eine Kreditkarte, die ich reingetan habe, hat er kein ordentliches Icon gefunden. Und dann hat er einfach so, du kannst das Foto auswählen, was quasi deine, wie deine Kreditkarte aussehen soll. Das ist halt jetzt einfach eine silberne, ohne Logo. Die nächste hat richtig funktioniert. Die DKB-Karte hat er als Hilton-Karte irgendwie erkannt. Ich glaube, DKB macht auch Hilton-Kreditkarte. Ja, und dann kannst du aussuchen. Dann haben sie eine Auswahl. DKB-Altes-Design, DKB-Neues-Design oder Hilton. Und ansonsten, die Zahlung, die kommt, also die Geolocation der Zahlung scheint dann auf London zu schalten. Ja, deswegen hat wahrscheinlich auch die andere Bank als Dingske eine Betrugswarnung geschmissen, weil das eben Aldi aus London does not compute. Ja, ja. Und dann... Ja, ja, ich glaube, da ist schon einiges, does not compute. Und ich meine, mit der Meta-Karte dann über noch andere Banking-Dinger zu gehen, das ist schon ein bisschen schräg. Ja, aber das ist jetzt, glaube ich, ganz praktisch. Ich weiß nicht genau, also du kannst einzelne Zahlungen markieren, das war für mein Business. Aber er fragt dich bei der Anmeldung auch so, was arbeitest du denn? Er fragt, bist du Freelancer? Und dann gibt er dir ein Business-Konto. Und wenn du sagst, ich bin Angestellter, dann gibt er dir aber trotzdem, glaube ich, die Möglichkeit, einzelne Dinge als zum Beispiel Business-Reisekosten reinzuschreiben. Und das mag vielleicht auch noch interessant sein für die Reisehengste. Da gibt es ja, also ich meine... Ja, ja, ich bin auch nur Reise-Pony, also... Ja, ja. Ja, also... Curve, interessant. Und jetzt mit Apple Pay recht noch mehr interessant. Und ansonsten hätte ich es nicht gebraucht, weil die wichtigen Karten habe ich jetzt sowieso im Dings drin. Mit Apple Pay, ja. Im Apple Pay, genau. Aber ein, zwei halt auch nicht und das ist jetzt ganz cool. Und kann ich mir wieder ein bisschen Plastik sparen. Ich muss jetzt umschichten. Weniger Kreditkarten, mehr Autoladekarten. Ah, okay. Schlimm. Ja.